Hallo liebe Chiara, ich habe jetzt einen neuen Song gelernt und die Inspiration, die ich bekommen habe, warum ich diesen Song lernen wollte, ist, dass du mir den mal gezeigt hast. Der hat dir ganz gut gefallen und da habe ich jetzt gerade so an dich gedacht und an den Song gedacht, mir den rausgesucht bei YouTube, mir die Akkorde zusammen probiert, gereimt, mit denen aufgeschrieben und ja, und du wirst jetzt die erste, die den Song hört, Mungus Rokos Potluck, der herrscht ihn ehrlich auch spielen und ja, du kennst ihn und ja, als kleines Dankeschön dafür, dass du mich inspiriert hast, gibt es jetzt die erste Version für dich. 1 1 1 2 3 Hey, 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 ho, wahee. Yeah, my ho, wahee, hey, 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 ho, wahee. Ja, ja, na. 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 Ja, ja, na.